Und ich dann so, äh, sorry, hast du grad gesagt, noch ein Pony? Hey, guck mal, eine Party. Ah, das ist heute in der Schule. Ja, Prinzessinnen sind für Partys gemacht. Hm, dieses Kleid passt aber nicht. Ich brauch irgendwas Besseres. Zum Beispiel das. Yes, das ist die richtige Prinzessinnen-Party-Gaderobe. Wow, das ist wunderschön. Dann sollte ich mich wohl auch umziehen. Hm, ich dachte, ich hab den gleichen Move gemacht wie sie. Irgendwas mach ich wohl falsch. Wo fliegt denn die Dose hin? Neben den Mülleimer natürlich. Ah, ich sollte sie aufheben. Hm, Moment mal. Ich denke, das sollte ich schaffen. Ja, dieses Kleid ist genauso geworden, wie ich's mir vorgestellt hab. Mir gefällt, wie es schwingt. Wie geht's dir? Oh, mein Gott. Wow, du hast ja ein interessantes neues Kleid. Oh, danke. Ich hab's selbst gemacht. Und, was hältst du von dieser Party? Ich muss meinen Feed mit neuen Selfies aktualisieren. Yay, der Unterricht ist vorbei. Endlich Zeit für Social Media. Wow, sie hat aber einen schönen Laptop. Alles, was ich hab, ist dieses Überbleibsel von meinem Vater, dem König. Oh, der funktioniert nicht mal mehr richtig. Oh, wie hart, als Prinzessin pleite zu sein. Okay, ich stütz das einfach. Oh, das bringt doch nichts. Moment mal. Ich denke, das könnte klappen. Ich brauche nur diesen Bilderrahmen. Der hat sein eigenes Bein als Stütze. Hey, guck mal, was ich gemacht hab. Wow, ich hoffe, pleite sein ist nicht ansteckend. Ah ja, mein Fitnessdiadem. Ich hab für jeden Anlass eine andere. Danke, du kannst gehen. Das ist harte Arbeit. Sie machen das toll, Prinzessin. Seilspringen ist gutes Ausdauertraining. Und ab geht's. Kniebeugen stärken Beine und Rumpf. Ich will auf meinem Thron gut aussehen. Ah, Luft zufächern, bitte. Das Trinken nicht vergessen, Prinzessin. Ich fühle mich so gut. Alles klar, Zeit zum weitermachen. Oh, nichts ist schwerer als volle Eimer, ich schwöre. Muss nur da hoch. Ich wünschte, ich hätte einen Hocker. Heute fühle ich wirklich das Brennen. So viel Müll aufzusammeln. Puh, ein richtiges Workout. Hey, meine Muskeln sehen richtig schön stark aus. Oh, sie schläft wie eine Prinzessin, hm? Oh, selbst wenn sie schlummert, ist sie wunderschön. Gina, Liebes? Zeit zum Aufstehen, Schatz. Oh, ich hab wie ein Stein geschlafen. Besser gesagt, wie ein Diamant. Mama, ist das für mich? Nur ein kleines Geschenk. Wow, so schön. Warum ist meine To-Do-Liste so voll? Ich will das alles nicht machen. Bitte, Mama. Gut, dann ruhe dich aus. Wir wollen ja keine Stressfalten. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Ist irgendwas anders an ihr? Nein. Wunderschön, wie immer. Aber nicht alle Prinzessinnen schlafen so fest. Sei still. Ah, zu hell. Ich hasse es, so aufzuwachen. Ich will bis Mittag schlafen. Mal sehen. Was für eine lange To-Do-Liste. Wie kann ich die umgehen? Genial. Mama. Was? Dein Gesicht? Du musst Fieber haben. Nein. Du bleibst im Bett. Du glühst ja förmlich. Harmes Ding. Wieso glüht jetzt auch mein Daumen? Das ist kein Fieber. Nein. Los. Bevor du den Bus verpasst. Einen Versuch wert. Diese Kunst macht mich müde. Sei still, mein Herz. Das da? Das ist ein stolzer Preis. Was natürlich kein Problem ist. Betracht es als erledigt. Wie? Wer hat die denn hier reingelassen? Äh. Das ist ihr Problem. Ach, das Zeug ist echt teuer. Und jetzt hab ich Hunger. Hey. Da hat jemand seine Banane liegen lassen. Die verputze ich jetzt. Mh. Lecker. Gute Banane. Was für eine Frechheit. Lecker, lecker, lecker. Was es wohl gibt? Ach. So nervig. Hier. Sieht so aus, als könntest du es brauchen. Hm. Geld. Ja, da kann ich wohl nicht Nein sagen. Whatever. Und was ist heute mein Luxus-Lunch? Ein golden lackierter Burger mit knusprigen goldenen Pommes. Ach. Wird schon passen. Hm. Aber eins fehlt noch. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Selfie. Hashtag golden Burger Luxury. Ähm. Ich bin viel zu hungrig für ein Selfie. Was hab ich denn zu essen? Nicht schon wieder einen Papier-Burger? Und ein Zauberstab? Hä? Abracadabra. Oh. Wo ist es hin? Was ist das? Oh. Dummer Zauberstab. Ah. Hier. Nimm das. Wo ist sie hin? Yes. Ich nehm mir den einfach. Ab in meinen Bauch. Wow, so viel besser als Papier. Oh, Müll. So eklig. Wieder zurück. Schönes Outfit. Was meinst du? Moment. Bananenschale? So widerlich. Ekelhaft. Niemand ist da. Hier drüben, guck mal. Was willst du? Guck mal, was ich habe. Du wirst sehr müde. Das funktioniert bei mir nicht. Sehr müde. Hat geklappt. Mal gucken, was ich habe. Ein goldenes Herz. Wow. Oh, so weich. Haha, blub, blub, blub. Hm, ich glaube, ich lecke erst mal dran. Wow. Hm, so lecker. Irgendwas passiert. Oh, ein goldener Ring. Oh, wow. Ich frage mich. Hm, was kriege ich noch? Hat geklappt. Eine goldene Kette. Moment, lass mich nur... Es geht ab. Kann ich das auch essen? Köstlich. Das heißt, das kann ich auch essen. Hm, sogar noch viel besser. Tick, tick. Was? Wer? Oh, du hast mich reingelegt. Wenigstens ist meins noch da. Äh, was ist das für ein Ding? Auf jeden Fall nicht meins. Blödes Teil. Was? Was passiert hier? Wow, ich sehe fantastisch aus. Eine Einladung für Sie, Ma'am. Hä? Eine Fashion-Show? Ja! Ich wusste, ich sehe fantastisch aus. Bye, bye. Hey, wo willst denn du hin? Hi. Ich liebe euch alle. Ich sehe wahnsinnig! Sehr bet auf ihn. calendar her. Und, wenn ihr anfalleiklar? Einladung für Sie echt. Ich sehe些 bei sie immer da. Frau, wie pissed 95 untert. Wir sind dann auch mal Loser gibt. Arbeitern. Bis zum really, være sfein. Wenn du hin und dishonest. D Untertitelung des ZDF für funk, 2017